Dieser Bilderrahmen besteht aus vier CD-Hüllen. Wie ihr den ganz einfach selber machen könnt, zeigen wir euch in diesem Video. Habt ihr noch alte CDs zu Hause? Dann auf keinen Fall wegschmeißen, denn zumindest die Hüllen könnt ihr noch super brauchen, auch wenn ihr die Musik längst via Stream oder Download konsumiert. Für den Bilderrahmen braucht ihr vier CD-Hüllen und dazu noch Kleber. Ich habe hier Sekundenkleber und dann kann es losgehen. Nehmt erstmal die Booklets und Inlays raus. Dann legt ihr die erste Hülle so auf den Tisch, dass die Rückseite nach oben liegt. Am Rand könnt ihr etwas Kleber anbringen und eine zweite CD-Hülle so draufstellen, dass die Rückseite nach innen zeigt. Auf der anderen Seite die nächste Hülle und oben die letzte anbringen. Achtet immer darauf, dass sich die Hülle von außen noch öffnen lassen. Nun könnt ihr in jede Hülle, dort wo früher das Booklet war, ein Bild anbringen und den Bilderrahmen aufstellen. Die ideale Größe für die Bilder ist 12 x 12 cm. Inna und ich kaufen übrigens immer noch CDs, weil wir es einfach schön finden, in unserem Wohnzimmer ein Regal mit toller Musik stehen zu haben. Außerdem kann man dann so herrlich in den Booklets stöbern, die oft mit ganz viel Liebe gemacht sind und die man einfach schlecht mitstreamen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und schaut in unseren Kanal, da findet ihr weitere DIYs und Lifehacks. miele Untertitelung des ZDF für funk, 2017